Okay Leute, das ist die Lage. Wir haben zwei Sekunden neues Gameplay zu Age of Empires 4 und ich habe mir für dieses Video die Herausforderung gesetzt, wie viel interessante Details kann ich für euch da rausziehen? Wie lang kann ich darüber reden? Und zwar nicht geschwollen, sinnlos, dahergebrabbelt, sondern wirklich konstruktiv, sinnvoll und für euch interessant. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, was zum Geier soll das denn jetzt wieder, dass wir hier zwei Sekunden Gameplay auswalzen? Und ihr habt völlig recht mit dieser Frage. Aber es ist halt das erste Gameplay zu Age of Empires 4. Wisst ihr, wie lange ich darauf schon warte? Und ich finde, ich würde meinen Job hier nicht gut machen, wenn ich nicht versuchen würde, das für euch so interessant und tiefgreifend, wie ich kann, zu analysieren. Also, die Zeit läuft ab jetzt. Schauen wir doch mal an. Die erste Szene zeigt eine Art Turnier, wo wir oben links sehen, dass man in der ersten Runde englische Einheiten besiegen muss. Was darauf hindeutet, dass wir selbst hier eine andere Fraktion als die Briten spielen. Dazu kommen wir aber später noch. Erstmal, was das hier wohl zu bedeuten hat. Es könnte ein eigener Spielmodus sein. Age of Empires schreckt ja davor nicht zurück. Es gibt inzwischen sogar Battle Royale in Age of Empires. Warum also nicht auch einen Turniermodus? Oder es könnte eine Art Tutorial sein, wie die Kunst des Krieges-Missionen, wo man in mehreren Runden hier die KI schlagen muss, vielleicht um einen Highscore aufzustellen. Allerdings zeigt die Minimap unten rechts noch deutlich mehr auf der Karte und zeigt, dass der Spieler schon eine Weile vorgestoßen ist, bevor er zu diesem Turniergrund gekommen ist. Es könnte also auch eine Kampagnen-Mission sein, in deren Story-Verlauf man dann irgendeine Art von Turnier schlagen muss. Die zweite Szene ist deutlich klassischer. Es ist einfach eine Feldschlacht und mein erster Gedanke hier war, ob man da die Truppen wohl in Gruppen wie in Total War kontrolliert, weil es sieht erst mal so aus. Auf den zweiten Blick kann man aber denke ich sagen, nee, das wird wohl nicht so sein. Man wird die Truppen einzeln kontrollieren, wie in Age of Empires 2 und wie in allen anderen Teilen bislang immer. Denn man sieht einzelne auch herumstreunen und im Interface unten links sieht man auch jeden einzelnen Mann ausgewählt und aufgezählt. Pieken scheinen eine Art Reichweite zu haben, das sieht man unter anderem unten rechts, wenn die kämpfen, dass sie über andere Einheiten hinwegstechen. Das ist eine Mechanik, die in Age of Empires 2 Definitive Edition mehr genutzt wurde, bei den Steppenreitern zum Beispiel. Allerdings relativ selten, obwohl es ja eigentlich eine ganz coole Mechanik ist, um Lanzenträger besonders zu machen, das könnte darauf hindeuten, dass Age of Empires 4 allgemein ein wenig aus den Innovationen der Definitive Edition lernt. Und nachdem die Definitive Edition ein sehr großartiges Spiel wie Age of Empires 2 noch mal besser gemacht hat, fände ich das nur großartig, wenn sich Relic die auch anschaut, um zu gucken, was könnten wir daraus auch für die Zukunft von Age übernehmen. Eine Sache, die man auf beiden Bildern erkennen kann, ist der wohl stärkere Heldenfokus von Age of Empires 4. Wir sehen in beiden Bildern einen Reiter mit einer glühenden Krone über dem Kopf und links einen Button mit einer ähnlichen Krone und im Interface wiederum Fähigkeiten, wenn diese Kroneneinheit angewählt ist. Das sieht man ebenfalls im Interface, da ist ein Symbol einer Krone, was zeigt, dass so eine Einheit ein Held ausgewählt ist. Und wir sehen da drei Icons. Das Schwert sieht man in beiden Bildern. Deswegen wäre mein Tipp, dass das keine Spezialfähigkeit ist, sondern sowas wie Attack Move, also die Angriffsbewegung, ein klassischer Strategiespielbefehl. Im ersten Bild sehen wir aber auch noch zwei Fähigkeiten, nämlich eine Krone und ein Herz mit einem Kreuz drin. Bei der Krone kann man nur spekulieren. Man könnte irgendeinen Führerschaftsbonus vermuten hinter dem Kronensymbol, ein Buff oder sowas. Das Herz, denke ich, wird relativ klar Heilung bedeuten. Und das Age of Empires 4, der mehr Helden mit aktiven Fähigkeiten auch haben wird, das wissen wir schon seit der ersten Gameplay-Enthüllung. Da haben wir nämlich diesen mongolischen Kahn mit seinem Falken gesehen. Bereits damals haben die Entwickler verraten, dass das ein Fokus sein wird. Und auch in einem anderen Trailer hieß es, dass Age of Empires 4 die Geschichte vermenschlichen will, also die Geschichten hinter der Geschichte sozusagen erzählen will, auf eine menschliche Art und Weise. Und da sind Helden ein probates Mittel in solchen Spielen. Ist auch nichts Neues für die Age-Serie. Ist eine recht konsequente Weiterentwicklung. In Age 2 gab es ja schon Helden-Einheiten wie Johanna von Orléans oder Attila den Hunnen, die da noch nicht sehr besonders waren. Age 3 hatte dann seine Späher, die deutlich zentraler für die Spielmechanik waren. Und auch Age of Mythology hat deutlich stärker auf Helden gesetzt. Und auch die Entwickler Relic haben eine Geschichte, dass sie immer stärker auf Helden gesetzt haben, zumindest in ihrer Dawn of War-Serie. Von Dawn of War 1 zu 2, dann zu 3 wieder ein bisschen zurück, aber immer noch mehr als im Einser. Also Helden waren da auch immer wichtig. Und ich finde das persönlich auch passend, denn auch Age of Empires 2 hat ja schon gezeigt, dass die Geschichte sehr oft von großen, schillernden historischen Persönlichkeiten bestimmt wurde. Wie eben Johanna oder Attila oder all die anderen. Barbarossa, Genghis Khan, wer man sonst noch alles gespielt hat. Ich hoffe nur, dass die Fähigkeiten nicht zu abgedreht werden. Also ich mag Echtzeitstrategie mit abgedrehten Fähigkeiten, zum Beispiel Schlacht und Mittelerde, wo das halt auch passt, weil das Fantasy-Helden sind. Für den Age of Empires würde ich mir schon wünschen, also ich finde es okay, wenn die ein bisschen mehr drauf haben als die Helden im Zweier. Die ja eigentlich nur höhere Stats hatten und manchmal ein eigenes Modell. Was ich damals sogar, schon damals ein bisschen enttäuschend fand irgendwie. Aber es sollte auch nicht zu weit in irgendwie Truppen aus dem Nichts beschwören, irgendwie Katapultregen runterhageln lassen. Ich erinnere an Stronghold Crusader Extreme, wo das einfach nur albern war. Da waren es keine Heldenfähigkeiten, sondern halt einfach Spezialfähigkeiten. Aber sowas, finde ich, gehört nicht in Age of Empires. Aber so Sachen wie mal einen Falken ausschicken oder seine Truppen inspirieren, das lasse ich mir alles durchaus angehen. Das fände ich sogar eine Bereicherung fürs Spiel, solange es eben nicht überhand nimmt. Neben den Helden können wir im Interface noch ein paar weitere Sachen erkennen. Wir sehen die vier klassischen Ressourcen, das wussten wir auch schon, aber Nahrung, Holz, Gold und Stein sind alle wieder da. Diesmal sollen die verschiedenen Fraktionen die auch auf unterschiedliche Art und Weise benutzen, was auch immer das heißen mag. Außerdem sehen wir hier eine Anzeige für untätige Arbeiter und für Arbeiter, die sich mit jeder Ressource gerade befassen. Was eine klassische Komfortfunktion ist, die es aber im Original Age 2 zum Beispiel noch nicht gab. Von daher finde ich das auch gut, dass sie das hier mitnehmen aus der Definitive Vision wiederum. Außerdem sehen wir Formationsbefehle, aber es scheint hier weniger Optionen zu geben als in Age 2. Zum Beispiel fehlt die Option zum Teilen meiner Truppen in zwei Gruppen, links und rechts, was man nutzen könnte, um zum Beispiel Katapultbeschuss eines Onagas auszuweichen. Und wir scheinen auch weniger Buttons zu haben für Funktionen wie Einheiten, Stellungen und Patrouillen und derlei Befehle. Das muss jetzt noch nicht heißen, dass es diese Funktionen gar nicht gibt. Sie könnten auch einfach auf Hotkeys liegen. Aber wenn ich mir das so anschaue, scheint Age of Empires 4 ein Grid-Hotkey zu benutzen. Das heißt, die Buttons liegen auf den Schaltflächen, die zur passenden Taste in der Querzanordnung passen. Und wenn dann Funktionen drin sind, die nicht Teil dieser Buttons da unten links sind, dann sind sie auch nicht auf dem Grid in Hotkeys und damit mit den Fingern schwerer zu erreichen, was ich ein bisschen schade fände. Muss man noch gucken, was die Entwickler sich da einfallen lassen, dass wir auch alle Befehle haben, die wir brauchen, um unsere Einheiten gut zu befehligen. Schauen wir uns im weiteren Verlauf mal die Schlachtszenen genauer an. Genauer gesagt, was es da für Einheiten gibt. In der ersten Szene sehen wir Lanzenträger auf beiden Seiten. Außerdem leichte Schwertkämpfer, die haben so einen dreieckigen Holzschild. Und schwere Schwertkämpfer, die einen eckigeren Metallschild haben und einen Federhelm tragen. Das könnte jetzt bedeuten, dass man hier Upgrades für die Einheiten sieht. Die roten Lanzenträger tragen nur Stoff, die blauen haben schon Kettenhemdüberwürfe, aber ihre Lanzen sind auf die gleiche Weise gezackt. Also scheint es die gleiche grundlegende Truppenlinie zu sein. Im alten Gameplay sieht man nochmal eine andere Version dieser Einheit mit Metallpanzer und Topfhelm. Man sieht, die haben ein ähnliches Kreuz auf der Brust wie die roten im neuen Gameplay, also scheint es die ähnliche Einheit zu sein. Auch die Lanze sieht wieder gleich aus. Das könnte jetzt bedeuten, dass Einheiten wie in Age 2 einfach aufgerüstet werden, vom Speerträger zum Pekingier zum Beispiel. Aber dass sich hier nur ein Teil der Rüstung ändert, könnte auch bedeuten, dass man Upgrades wie Rüstung und Waffenups separat am Modell sieht, wie in Age of Mythology. Das fände ich fantastisch. Das fand ich immer ein großartiges Detail in Age of Mythology, das ich mir auch für das normale historische Age sehr gewünscht hätte. In Szene 2 sehen wir wieder die leichten Schwertkämpfer und wir sehen auch Lanzenträger. Es scheinen aber andere zu sein. Sie haben kein Kreuz auf der Brust und keine gezackten Lanzen. Könnte aber auch wieder hier bedeuten, dass sie nur wenige geupgradet sind. Dass zum Beispiel das davor die Pekingiere waren und das jetzt die normalen Speerträger. Außerdem sehen wir noch Reiter, Bogenschützen und Axtkämpfer mit Rundschild. Was deren Funktion dann im Spiel sein wird, können wir nur raten. Möglicherweise sind sie besonders gut gegen Gebäude oder einfach eine bisschen aggressivere Einheit. Die Frage ist jetzt für mich noch, welche Fraktionen hier spielen. Wir haben bislang zwei Fraktionen bestätigt aus dem ersten Gameplay. Hat man da beide gesehen, die Briten und die Mongolen. Und wir wissen, Age of Empires 4 soll weniger und dafür unterschiedlichere Fraktionen haben. In Szene 2 scheint ein Mirror Match zu laufen, weil beide Seiten haben dieses gleiche Kreuzwappen auf ihren Schilden. Und das ist das Kreuz aus dem ersten Gameplay, wo wir eben wissen, dass das die Briten waren. Das passt auch zu der Bogenschützenlinie, die man da hinten sieht. Also da scheinen sich einfach zwei britische Heere gegenseitig zu bekämpfen. Aber Szene 1 kann, finde ich, kein Mirror Match sein. Das Ziel ist ja, englische Truppen zu töten. Und das würde keinen Sinn ergeben, wenn man auch englisch ist. Und hier haben die blauen Schwertkämpfer auf dem Schild und die Lanzenträger auf dem Rücken nicht dieses Kreuz, sondern eine Lilie. Was sehr stark auf Franzosen hindeuten würde. Die englischen Speerträger haben wir nämlich im alten Gameplay auch von hinten gesehen. Und die haben auch da das Kreuz. Das kann also nicht die gleiche Einheit sein. Obwohl es auch wieder hier eine sehr ähnliche Lanze hat. Also ist das Wappen der Hauptunterschied. Und ich habe ja damals schon spekuliert, dass die Franzosen meiner Meinung nach bestimmt kommen werden. Weil du brauchst selbst bei weniger Fraktionen für jede Partei zumindest einen ikonischen historischen Gegenspieler. Sonst kannst du keine Kampagnen erzählen. Eine britische Kampagne wird ja sehr wahrscheinlich von einem Krieg gegen Frankreich erzählen, weil die sich über die Jahre andauernd bekriegt haben. Und dann brauchst du eine französische Fraktion. Es gibt auch andere Kriege, die die Briten geführt haben. Aber der gegen Frankreich ist halt schon sehr ikonisch. Auffällig ist dann aber schon, dass die beiden Seiten jetzt nicht völlig unterschiedlich wirken, wie zum Beispiel die Briten und die Mongolen im Trailer mit komplett anderen Designs und Einheiten. Diese Einheiten scheinen sich relativ ähnlich zu sehen, auch wenn es nicht exakt die gleichen sind. So war es ja auch in Age 2, wo jedes Volk grundlegend die gleichen Einheitentypen hatte. Allerdings will Age 4 ja eigentlich bewusst das nicht machen. Ist zumindest die bisherige Ansage gewesen. Es könnte bedeuten, dass größere Unterschiede halt noch nicht gleich bedeutet, dass jede Einheit anders ist, sondern dass es sehr wohl wieder grundlegende Truppentypen gibt, wie Pieken und Schwertkämpfer, die dann sich doch wieder sehr ähnlich sind. Dann auch die schweren Schwertkämpfer, die man hier auf beiden Seiten sieht, sehen sich durchaus ähnlich. Die Blauen haben längere Federn an den Helmen, aber das ist ein so kleiner Unterschied, das könnte auch einfach ein Upgrade sein. Vom normalen Schwertkämpfer zum Elite-Schwertkämpfer oder irgendwie sowas. Gegen meine Fraktionstheorie spricht außerdem noch, dass der Held wieder das Kreuz auf dem Schild hat, obwohl alle anderen eine Lilie haben. Aber das kann auch einfach natürlich bedeuten, dass die Design-Assets noch nicht fertig sind oder sowas. Ihr seht, ich biege mir das hier schön zurecht, weil meiner Meinung nach sind eindeutig die Franzosen als Volk im Spiel. Da bin ich mir absolut sicher und alles andere ist einfach irgendwie Unsinn. Das kann gar nicht stimmen. Es könnte natürlich auch sein, so viel gebe ich zu, dass die Franzosen nur eine Art Kampagnen-Reskin der Briten sind. Also leicht unterschiedliche Designs, damit du in der Kampagne, ohne eine komplett eigene Fraktion machen zu müssen, halt die Franzosen als Gegner oder du spielst die Franzosen, hast die Briten als Gegner, dass du das eben hast. Genauso könnte es sein, dass es, dass die Fraktionen gar nicht die Briten sind, sondern dass es eine Art Europäer-Oberfraktion gibt und davon dann leichte Abweichungen, die dann so funktionieren, wie in Age 2 halt die Völker waren. Also gleicher Tech-Tree weitgehend, aber hier ein paar Details. Die Briten haben bessere Burgenschützen, die Franzosen bessere Ritter oder sowas. Und dass die Unterschiede dann zwischen solchen Archetypen stattfinden, dass zum Beispiel neben der europäischen Fraktion eine Steppenreiter-Fraktion existiert, wo dann Unterüarten zum Beispiel die Mongolen und die Hunnen sind. Aber das ist jetzt sehr weitgeführte Spekulation. Das kann man auch aus diesem Video nicht ableiten. Ich muss mich am Riemen reißen. Ich wollte hier keinen Unsinn palavra, nur um zu strecken. Nein, nein, wir bleiben hier hart an den Fakten. Und ich glaube, es gibt genug Hinweise zumindest, dass die Franzosen im Spiel sind als eigenes Volk. Das halte ich für am naheliegendsten. Und alles andere ist Spekulation. Zuletzt wollte ich nochmal über die Grafik reden, denn die wurde auch recht viel diskutiert, dass sie ein bisschen zu farbenfroh und comichaft sei. Und ich bin da hin und her gerissen. Weil einerseits war Age of Empires jetzt nie düsteres Mittelalter im klassischen Sinne, was man sich heutzutage dann gern darunter vorstellt. So Game of Thrones, alles Fantasy. Aber ihr wisst, was ich meine. Alles ist dreckig, schmutzig. Der Erfinder von Age of Empires, der Bruce Shelley, hat mir sogar mal im Interview gesagt, dass einer seiner Leitsprüche war, in Age of Empires scheint immer die Sonne, weil er ein einladendes Geschichtsbild haben wollte. Und das sieht man auch in Age 2. Wenn man sich das heute nochmal anschaut, das war auch nicht so viel finsterer, als was wir heute in Age 4 sehen. Das war nicht dieses dunkle, düstere, dreckige Mittelalter. Allerdings finde ich schon, dass an manchen Stellen Age 4 noch ein bisschen die Einheiten zum Beispiel, die einzelnen Einheitenmodelle wirken mir herangesoomt nicht sonderlich detailliert. Das ist jetzt vielleicht auch, vielleicht muss man noch näher heranzoomen, um das zu sehen. Aber da hätte ich mir tatsächlich noch einen etwas realistischeren Look tatsächlich gewünscht. Und es gibt so einzelne Elemente. Zum Beispiel auf dem Turnierplatz, oben rechts dieses Türmchen da, sieht fast aus wie so ein Märchentürmchen irgendwie aus Disneys Rapunzel oder sowas. Der geht mir ein klein wenig zu weit. Aber das ist jetzt auch sehr Detailkrittelei, dass ich hier in einem Gebäude festmache, dass es mir ein bisschen zu comichaft ist. Und ich finde insgesamt, das Gesamtbild, auch wenn ich mir das alte Gameplay nochmal anschaue, diese mittelalterliche Stadt, die man da gesehen hat, dann sieht das einfach schön aus. Also da kann mir keiner erzählen, dass das irgendwie blöd oder uncool aussieht. Ich finde, das sieht nach einem sehr schönen Spiel aus. Ich stimme dem Stil halt nicht 100% überein, aber ehrlich, wann tut man das schon? Und ich finde, also wenn Age of Empires 4 so aussieht, dann werde ich viel Spaß damit haben. Ganz ehrlich, ich mag idyllisches Mittelalter auch. Das muss nicht für mich immer dreckig und dunkel sein. Und ich finde, das sieht sehr cool aus. So, und damit sind wir am Ende. Zeitstopp. Ja, da habe ich doch, würde ich denken, ganz gut was geschafft. Sagt mir gerne, schreibt mir gerne, ob es für euch, wie versprochen, durchweg konstruktiv und faktenorientiert war oder zu viel Schwachsinn dabei. Dann schreibt mir auch das gerne. Ich will euer ehrliches Feedback haben. Ansonsten könnt ihr gerne auch nochmal mein altes Video zum ersten Gameplay. Das habe ich ja auch schon viel zu lange analysiert. Könnt ihr euch gerne das nochmal anschauen. Da stecken auch sehr viele interessante Fakten drin. Und ob ich recht hatte, mit all dem werden wir am 10. April vermutlich erfahren. Dann will ja Microsoft mehr zeigen. Und ich kann euch sagen, ich bin so unglaublich gespannt. Und ich verspreche euch, es gibt auch dann wieder ein Video. Und das wird kein so ein Labervideo hier, denn dann werden wir viel mehr Fakten haben. Und die werden wir ausweiden bis zum Gehtnichtmehr. Ich freue mich drauf und hoffe, ihr seid dann wieder dabei.